Wie die sich da durchschlängeln und Bortmann? Hast du das denn? Pekeler den Ball holt. Jetzt geht es aber hier zusammen. Pekeler will sie alle pressen. Was der sich da reinhaut. Da einfach noch links. Mit Janke. Guck mal, wie er sich den holt. Komm hier, Steno. Ich bin schnappisch. Sagt der Erste, der Zweite weg.